Moin moin meine lieben Serienfreunde, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Staffel 1, ist bei Amazon Prime Video Online und das bedeutet für uns, nach meinem ersten Eindruck Video gibt es jetzt hier meine persönliche Meinung zur Serie. Also macht euch einen Kaffee oder ein anderes Getränk und dann lasst uns loslegen. Ja meine lieben Serienfreunde, bevor ihr euch wundert, nein, ihr befindet euch nicht auf dem falschen Kanal, das hier ist Serienflash. Nur befinde ich mich heute mal im Setting von Alles Random, meinem anderen Kanal, den ihr hoffentlich alle abonniert habt. Ich dachte mir, hey, für meine Meinung zu Die Ringe der Macht ist es irgendwie entspannter zu sitzen. Und deshalb lasst uns loslegen. Wir sprechen, ich spreche über Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Der Serie, die schon vorab heftigst kritisiert wurde, währenddessen heftig diskutiert wurde darüber und auch natürlich weiter negativ kritisiert wurde. Der Serie, die durch Amazon als Der Herr der Ringe-Serie beworben wurde und im Grunde dennoch uns die Geschichte vom zweiten Zeitalter von Mittelerde erzählt. Einer Geschichte, an der Amazon im Grunde eigentlich keine Rechte hat. Ja, kann man ja mal machen, warum auch immer man sich dafür entschieden hat. Aber ja, die Serie, Die Ringe der Macht basiert im Grunde sehr, sehr lose auf der Geschichte von Tolkien. Auf den, man könnte es schon fast sagen, Geschichtsbüchern von Tolkien. Allerdings muss ich persönlich sagen, ich habe diese ganzen Werke nie gelesen. Ich habe mich zwar im Zuge zum Beispiel der Johann de May Symphonie damit beschäftigt oder aber auch durch die Filmtrilogien und jetzt der Serie, aber ich habe nie die Werke gelesen. Aber das finde ich auch persönlich gar nicht so schlimm, wobei ich natürlich jeden verstehen kann, der sagt, hey, ich mag die Serie nicht, weil sie einfach so entfernt ist von den Büchern. Ich persönlich habe mir aber angewöhnt, selbst wenn ich die Bücher kennen würde, trotzdem die Serie oder den Film als Einzelwerk zu sehen. Ja, sie basieren dann jeweils auf irgendwelchen Büchern, auf anderen Werken. Aber ähnlich wie bei The Witcher zuletzt sehe ich eine Serie wie Die Ringe der Macht als Neuinterpretation der Werke, als eigenes Stück und nicht als Teil eines größeren Ganzen. Denn, sind wir ehrlich, selbst als Amazon die Serie Die Ringe der Macht produzieren ließ, hatten sie keine Rechte an den bisherigen Filmen. Ja, hatten sie nicht. Und damit konnten sie ja eh kein echtes Prequel zu der Filmtrilogie Der Herr der Ringe zum Beispiel produzieren, haben aber natürlich den Namen nutzen können und dann einfach noch Die Ringe der Macht dazu gedichtet. Weil es in der Serie ja irgendwie um Die Ringe der Macht geht. Aber ja, wie gesagt, ich kritisiere jetzt hier das Ganze als Einzelwerk, ohne die Werke von Tolkien richtig zu kennen. Wenn ihr also eine Kritik wollt, die euch all diese Vergleiche aufzeigt und hart drauf kritisiert, was in den Büchern steht oder was auch nicht, was gerne mal ignoriert wird, dann müsst ihr was anderes schauen, dann seid ihr hier falsch. Ja, ich bin hier einfach nur ein Serienkritiker, der sich die Serie angeschaut hat. Einer, der die Filmtrilogien mag, wobei die Hobbit-Trilogie eigentlich nicht, aber die Herr der Ringe-Ursprungs-Trilogie unglaublich, wobei auch da einige Dinge waren, wo ich gedacht habe, Och Gott, Alter, aka Galadriel oder aber die Hobbits, ich brauchte sie nicht. Und einiges war auch ziemlich lang gestreckt, oder? Naja, man romantisiert ja alte Werke gerne, ne? Also Leute, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht ist eine Serie, wo ich sagen würde, die konnte von Anfang an im Grunde nur verlieren. Amazon hat sich das aber auch irgendwie selbst eingebrockt, denn die haben von Anfang an echt große Welle geschlagen. Nicht nur mit dem Budget, sondern auch damit, dass sie alleine damit geworben haben, hey, das ist ne Herr der Ringe-Serie, basieren auf Tolkiens Werken und ja, dann haben wir auch noch einen diversen Cast. Das konnte nicht positiv enden und das ist es letztendlich auch nicht, wenn ihr die ganzen Kommentare in den Social Medien mitbekommen habt. Ich habe mich davon aber letztendlich nicht beeinflussen lassen, denn ich guck ne Serie für mich. Für mich. Und dennoch hat Amazon eben hoch gestapelt und ich kann die Kritiken verstehen. Also teilweise. Denn herausgekommen ist bei Die Ringe der Macht eine Serie, die sich extrem versucht, an der erfolgreichen Herr der Ringe Filmtrilogie zu orientieren, dabei es aber komplett verpasst hat, was Eigenes zu schaffen, um Fans etwas Neues zu bieten, was irgendwie den Charme des Alten hat, aber dennoch was Eigenständiges, Großartiges ist. Nein, es ist eher wie schlecht kopiert. Zusätzlich lief die Serie dann auch noch gleichzeitig mit House of the Dragon, dem Game of Thrones Prequel. Und auch wenn ich persönlich finde, dass man beide Serien nicht wirklich vergleichen kann, werden beide Serien natürlich arg verglichen. Und da kann, da kann die Ringe der Macht natürlich nur verlieren. Denn wenn man sich mal House of the Dragon anguckt, dann ist das eigentlich im Grunde keine Fantasy-Serie, sondern ne Politik-Serie, die nicht allzu viel falsch machen konnte. Ich meine, die letzten zwei Game of Thrones Staffeln mochten viele nicht mehr. Da driftete es natürlich auch von den Büchern ab, weil die teilweise einfach gar nicht mehr existierten. Man musste also bei House of the Dragon eigentlich nur all das einbauen, was in Game of Thrones gelobt wurde. Das tat man und das mit Erfolg. Dialoge sind gut, die Charaktere sind gut geschrieben, die Zeitsprünge finde ich scheiße. Anderes Thema. Die Ringe der Macht hatte all das nicht. Die Ringe der Macht hat keine richtige Vorlage, auf die sie sich stützen können und ist im Grunde, im Gegensatz zu House of the Dragon, eine reine Fantasy-Abenteuer-Serie, wo man erst einmal ne komplett neue Welt aufbauen muss. Das zu vergleichen, ist eigentlich unmöglich. Und wenn man's tut, dann ist es natürlich so, dass die Ringe der Macht hinten abfällt. Dann fallen schlechte Dialoge, nicht ausgereifte Charaktere und viele, viele Logiklöcher einfach auf. Wobei man hier natürlich sagen muss, dass die Ringe der Macht ein viel, viel größeres Setting hatte und House of the Dragon auch ziemlich oft an denselben Locations spielt. Das heißt, gar nicht so viel CGI und Co. einsetzen musste, bis auf bei den Drachen. Die auch nicht immer gut aussehen. Aber wir sind hier nicht in der House of the Dragon-Kritik, die kommt irgendwann. Aber ja, Amazon hat's ja irgendwie gewollt. Amazon wollte das nächste große Fantasy-Ding abliefern und hat sich eben Teilrechte an dem Tolkien-Stoff gesichert, wodurch die Serie eben mit der Filmtrilogie, aber eben auch mit Tolkiens Werken verglichen wurde. Und ja, da hat Amazon halt einfach versagt. Das kann man definitiv so sagen. Und dennoch muss ich persönlich sagen, ich mag die Serie. Ich mag sie. Ich mag vor allem die Bilder. Ich mag die Stimmung. und wie man uns die Welt hier aufbaut. Vor allem aber mag ich bestimmte Charaktere. Ich habe oft gelesen, ja, ich kann irgendwie nicht mit den Charakteren bonden, wobei sich einige dann auch wieder widersprochen haben. Ich persönlich muss sagen, ja, ich mag auch nicht alle Charaktere. Aber zum Beispiel das Zusammenspiel von Elrond und Durin. Unglaublich schön. Auch Durin mit dieser, seiner Frau, das ist einfach zauberhaft, denen zuzusehen. Das könnte ich stundenlang tun. Grundsätzlich, die Zwerge, finde ich, sind in die Ringe der Macht. Enorm schön gestaltet, sehr liebevoll. Auch wenn man natürlich denken mögen können, wie auch immer, dass der Bart von Durin sehr nach Schaumstoff aussieht, nach unecht. Das kann man bemängeln, auch bei so einer teuren Produktion. Allerdings fand ich das nicht als störend. Grundsätzlich mag ich die Kostüme auch. Auch kam ich überhaupt damit klar, dass Elrond ganz anders aussah, als noch in der Filmtrilogie von der Herr der Ringe. Wie gesagt, ich sehe das getrennt voneinander. Denn theoretisch gehört es nicht zusammen. Auch wenn man das mit dem Titel versucht zu sugieren. Auch bin ich nach der ersten Staffel mega interessiert, wie es mit Isildo und seinem Vater weitergeht. Okay, wir wissen zwar durch Tolkiens Geschichte, wohin es führen muss, aber man hat ja schon in der ersten Staffel von Amazon Prime Videos Serie gezeigt, hey, wir ändern hier einige Dinge ab. Wie zum Beispiel, wie letztendlich die Ringe entstanden sind. Denn Sauron ist eigentlich auch bei den anderen Ringen noch mit dabei. Aber, ey, es ist, wie es ist. Das heißt, es erwarten uns noch Veränderungen, die vielleicht dasselbe Ziel haben, aber trotzdem vielleicht einige Überraschungen bereithalten. Grundsätzlich muss ich aber einfach sagen, der Vater und Isildo sind für mich beides sehr sympathische Charaktere, denen ich gerne folgen mag. Auch wenn wir sie noch nicht so richtig kennenlernen konnten. Auch interessant finde ich nach wie vor den Unbekannten. Wir glauben zwar alle von Anfang an zu wissen, wer er ist, und es ist genauso wie bei Sauron ziemlich offensichtlich, auch wenn es nicht so ganz in die Lore von Herr der Ringe passt, man könnte es anders interpretieren. Eigentlich ist ein gewisser Zauberer nämlich erst im dritten Zeitalter aufgetaucht, aber, also am Anfang, aber man könnte es natürlich so erzählen, dass er erst ab da wusste, wer er wirklich ist und damit die Menschheit wusste, wer er ist. Was mich nach wie vor, genau wie damals in der Filmtrilogie, nicht interessiert, sind die Haarfüße, auch wenn ich die sehr sympathisch als Volk und deren Geschichte finde. Ich finde sie völlig uninteressant, interessiert mich nicht, hat mich aber auch schon mit ihren Nachfolgern, den Hobbits, nicht interessiert. Und die viel kritisierte Galadriel, die für viele viel zu, zu bockig, viel zu unreif für ihr Alter wirkte, hat mich von Folge zu Folge mehr abgeholt. Was eventuell aber auch daran liegt, dass ich Galadriel, 1500 Jahre älter, aus der Herr der Ringe, überhaupt nicht ab konnte. Die war mir einfach viel zu geistreich, viel zu elbisch, was mir nie, nie so richtig gefallen hat. Was nicht bedeutet, dass ich finde, dass sie jetzt der perfekte Hauptcharakter beziehungsweise die perfekte Besetzung darstellt. Auch möchte ich hier nicht sagen, dass ich finde, dass die Dialoge und Handlungsstränge gut oder gar logisch sind. Also es gibt wirklich einige Dinge, die in dieser Serie wirklich zu hinterfragen sind. Zudem muss man den Autoren auch ankreiden, dass vielen Charakteren innerhalb der ersten Staffel die Tiefe fehlt. und fehlende Tiefe führt wie in jeder Geschichte dazu, dass man mit Charakteren irgendwie nicht so wirklich bonden kann, dass man mit diesen nicht mitfühlen kann, dass man die Charaktere irgendwie nicht wirklich greifen kann. Und wenn man einen Charakter nicht greifen kann, dann kann man auch nicht mit dem mitfühlen, wenn irgendwas Schreckliches passiert, wodurch wieder Spannung verloren geht. Was man in der Serie auch extrem spürt, denkt man zum Beispiel an den Moment, wo uns erklärt wird, dass das Elbenvolk in Gefahr ist. Habt ihr irgendwie Angst um die Elben gehabt oder um irgendeinen Charakter aus den Südlanden? Ich hätte nicht einmal so richtig dieses Bedürfnis von Oh Gott, bitte, bitte lasst ihn überleben, lasst sie überleben. Nicht einmal hatte ich das. Und das ist definitiv auf schlechtes Writing zurückzuführen. Und das ist extrem schade. Liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass man von Anfang an ein Riesenproblem hatte. Nämlich jenes, dass es viel zu viele Charaktere und Orte gab, die man in der ersten Staffel eingeführt hat. Bei so vielen Charakteren und Orten, die wir hier haben in der ersten Staffel, bleibt eben für jeden Einzelnen nicht genügend Screentime, weshalb ja auch bestimmte Charaktere in bestimmten Folgen gar nicht erst auftauchen. Und auch wenn dadurch viele Momente, wie gesagt, etwas spannungslos waren und viele auch sich teilweise sehr generisch und oberflächlich anfühlten, muss ich sagen, gab es wiederum Momente in der Serie, wo ich dachte, wow, alleine diese eine große Schlacht vor der Vulkanexplosion, das war schon irgendwie geil gemacht. Das war eine geile Inszenierung. Oder eben aber auch, wo man uns nachher im großen Finale zeigte, wer Heilbrand eigentlich wirklich ist. Inszenatorisch genial. Inszenatorisch hat das unglaublich Spaß gemacht. Man sollte vielleicht aber nicht über die Inszenierung nachdenken, wie es dahin kam. Denn, sind wir ehrlich, Heilbrand ist sehr, sehr vorhersehbar geschrieben. Und auch wenn viel gerätselt wurde, war es uns doch eigentlich allen klar, dass der Stranger definitiv nicht sauren sein kann. Oder? Oder? Das war uns klar, oder? Oder? Ich glaube ja, man hätte die Ringe der Macht mit einem ganz einfachen Kniff besser machen können. Und zwar jenen weniger Charaktere in der ersten Staffel einzuführen und eine andere Hauptfigur in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind uns doch alle einig, dass Galadriel hier als Hauptfigur etabliert wurde, oder? Was wäre denn gewesen, wenn man Isildur genommen hätte? Der, der ja wichtig für die Story um Der Herr der Ringe ist. Was wäre gewesen, hätten wir Isildur in Numinor kennengelernt und nur aus seinen Augen die Geschehnisse erfahren? Wäre das vielleicht die bessere Story gewesen? Denn ich glaube, mit Isildur im Mittelpunkt und weniger anderen Charakteren hätten wir mehr Tiefe von diesem einen Charakter erhalten. Tiefe von einem Charakter, der mir recht sympathisch war, ich aber einfach zu wenig über ihn erfahren habe. Auch wenn er doch viel Background-Story erhalten hat im Vergleich zu vielen anderen Charakteren. Ich glaube aber, ihn einfach in Numinor zu folgen, da erstmal die Stadt kennenzulernen und dann trifft er auf Galadriel. Aus seiner Perspektive hätte vielleicht mehr Leute in die Welt hineingezogen und wir hätten sie ganz, ganz langsam entdecken dürfen. Ich mag zwar den Weg, wie man uns hier, ja, Mittelerde im zweiten Zeitalter präsentiert, ich glaube aber, man hätte es wirklich mit diesem Kniff besser machen können. Und apropos Aufbau der Welt und der Serie. Einige haben kritisiert, jedenfalls das, was ich gelesen habe, dass die Serie sehr langsam, sehr langatmig wäre, dass der Aufbau viel zu langsam wäre. Ich kann das teilweise unterschreiben, glaube aber auch, dass diese Ansicht darauf fußt, dass viele es nicht mehr abkönnen, wenn eine neue Serie nicht direkt groß startet. Ich finde eigentlich den Weg gut gewählt, langsam eine Welt aufzubauen. Vor allem eine Welt, die so riesig ist. Klar, wir kennen Mittelerde durch die Herde Ringe und die Hobbit-Trilogie oder andere, die eben die Bücher und so gelesen haben. Aber wir befinden uns hier im zweiten Zeitalter, worüber wir gar nicht so viel wissen. Und da ist es doch gar nicht so verkehrt, erst mal die einzelnen Parteien zu zeigen. Das ist nicht so extrem gut gelungen, weil eben die Tiefe letztendlich gefehlt hat und das Writing eben nicht allzu gut ist. Aber dennoch finde ich den Weg gut gewählt. Es muss nicht immer alles mit Action beginnen. Und letztendlich haben wir ja kurzen Trollkampf und Galadriel gehabt, auch wenn der sehr, sehr kurz war. Dennoch glaube ich, dass das ein bisschen zu sehr mit einer Tunnelbrille kritisiert wurde. Aber ich lasse es gelten. Jeder hatte seine eigene Meinung. Ich fand den Weg gut. Vor allem, weil es eben Änderungen in Mittelerde im zweiten Zeitalter gab. Einige haben sich beschwert. Die Elben fühlen sich gar nicht wie Elben an. Die Frisuren passen nicht. Die Zwerge werden anders dargestellt. Die Dialoge werden nicht gut. Ich glaube ja, dass man hier oft einen Fakt vergisst. Nämlich, dass wir hier vom zweiten Zeitalter von Mittelerde sprechen. Und wenn ich mich richtig informiert habe, hat das eine Lauflänge von, ich glaube, 3000 Jahren. Leute, bis dann Herr der Ringe passiert und die Hochelben auftauchen, da passiert so einiges. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass in tausenden von Jahren Wesen in einer Welt, in Mittelerde, nicht alle gleich sind. Also, sich immer gleich verhalten über tausende von Jahren. Auch die Elben mussten sich vielleicht erst einmal entwickeln. Und man sieht ja hier an dem König Elben, dass der doch ein bisschen hochnäsiger ist wie die Elben, die wir eigentlich aus der Filmtrilogie kennen. Oder? Oder? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich so ein bisschen auch allein nur im Internet reinliest, auch Tolkien hat Veränderungen zugelassen. Und nicht alles ist in Stein gemeißelt. Einiges ist interpretierbar. Zum Beispiel, ob Zwergenfrauen alle Bärte haben. Das ist definitiv interpretierbar. Und auch, wie die Elben dargestellt werden. Die verändern sich. Auch die Dynamik zwischen Elben und Zwergen wird sich über die Tausende von Jahren verändert haben. Und da finde ich es schon gut, dass man erst mal so abgeholt wird und auch eben einige Änderungen vorgenommen hat. Sind wir mal ehrlich, man erzählt uns hier vom zweiten Zeitalter, an dem Amazon eigentlich keine richtigen Rechte hat. Es gibt aber auch keinen richtigen Roman dazu, sondern eher Geschichtsbücher, die uns von der damaligen Zeit erzählen. Und ähnlich wie bei House of the Dragon, wo man auch aus einer dritten Perspektive letztendlich Geschehnisse wiedergibt, ist da eben auch viel interpretierbar. Und Hörensagen, nicht? Wie Geschichte eben so ist. Der Gewinner erzählt die Geschichte. Ja, okay, das sind vielleicht Ausflüchte, um zu sagen, hey, wir adaptieren oder hier wurde kein direktes Buch adaptiert. Aber im Grunde finde ich schon, dass man das auch irgendwie akzeptieren kann, vielleicht aber nicht muss. Auch würde ich unter dieser Argumentation stecken, dass eben alles recht sauber und clean wirkt. Mittelerde war vielleicht damals so und noch nicht so kaputt, wie wir es später kennengelernt haben. Nö, gab ja auch in dem Fall anscheinend noch kein Auenland. Eine Entscheidung, die ich übrigens ebenfalls gut finde, die hart kritisiert wurde, ist, dass man die Geschehnisse aus dem zweiten Zeitalter von Mittelerde zusammengerafft hat. Wenn ich richtig informiert bin, ist all das, was man uns im Grunde jetzt gerade in der Serie erzählen möchte, in einem Zeitrahmen von 1500 Jahren geschehen. In der Serie rafft man das aber alles. Und mal ganz ehrlich, welche Serie hat bitte Zeit oder bekommt die Zeit, mal eben die Geschichte von 1500 Jahren zu erzählen? Und wie lang soll das gehen und wie spannend wäre das wirklich? Ich meine, House of the Dragon hat sich dem gleichen Problem entgegengestellt gesehen und hat deshalb zig ekelhafte, beschissene Zeitsprünge eingebaut. Ich weiß, einige verteidigen die, ich kann den nicht ab. Aber ich finde gut, wie man es bei Die Ringe der Macht gemacht hat. Ja, man bricht damit natürlich mit der Lore. Das darf man kritisieren. Ich persönlich, der jetzt eben wie gesagt das eigenständige Werk kritisiert, muss aber sagen, es ist einfach besser, um eine Spannung aufzubauen, um nicht ständig Charaktere wechseln zu müssen. Ähnlich hat man es ja auch bei der Apple TV Plus Serie Foundation getan, wo ich den Weg ebenfalls recht gelungen finde. Aber nun gut, ich glaube, ich habe alle wichtigen Punkte für mich persönlich abgehakt. Klar, man könnte ewig über diese Serie, über diese erste Staffel sprechen, über die Fehler, über die Logiklöcher, die schlechteren Dialoge. Über Momente, wo Pferdescharen auftauchen, die angeblich auf drei kleinen Booten waren. Das hätte spätestens beim Dreh auffallen müssen. Aber hey, welche erste Staffel ist wirklich perfekt? Ich meine, hier hat sich Amazon ein Riesenprojekt ans Bein gebunden und ist leider nicht so gut umgesetzt, wie sie es vielleicht beworben haben. Aber für mich ist das eine typische erste Staffel von so einer groß angelegten Serie. Die Autoren haben es nicht geschafft, so richtig hineinzufinden, wie sie diese Story zu schreiben haben, haben viel zu viele, ja sagen wir, Handlungsstränge aufgemacht, diese teilweise nicht so gut beendet oder fortgeführt und der Cast musste versuchen, in nicht tiefgründige Charaktere Leben einzuhauchen. Das hat halt nicht so gut funktioniert, aber in welcher Serie läuft das perfekt in der ersten Staffel ab? Und nein, sagt jetzt nicht, House of the Dragon oder Game of Thrones, da war das auch nicht so. Definitiv nicht. Und dennoch muss sich Amazon natürlich jegliche Kritik gefallen lassen. Ja, nicht jegliche, aber viel Kritik, denn sie haben es groß angekündigt, jede Menge Budget reingehauen und Herr der Ringe aufs Namensschild geklebt. Das darf man kritisieren, wenn dann eben eine Serie rauskommt, die nicht so gelungen ist. Und dennoch hatte ich persönlich meinen Spaß. Ich finde, trotz diverser Probleme hat die Serie eine schöne Fantasy-Welt aufgemacht in der ersten Staffel mit schönen Bildern, einem guten Soundtrack und aber auch interessanten Charakteren, denen man, wie gesagt, noch mehr Tiefe geben muss, aber die trotzdem jetzt schon bei mir das Interesse geweckt haben, so dass ich weiter in die Welt eintauchen möchte. Ich möchte mehr davon erfahren, auch wenn ich jeden Tolkien-Fan verstehen kann, der hier nichts damit anfangen kann. Wenn ihr die Serie aber nur haten wollt, dann schaut sie euch nicht an. Schaut euch die Trilogie nochmal an, lest euch die Bücher nochmal durch, aber quält euch nicht. Es gibt genügend andere Serien. So, ihr müsst diese Serie nicht schauen. Ich hatte sogar beim Rewatch nochmal mehr Spaß als beim ersten Mal gucken und da hatte ich schon immer jede Episode nochmal geschaut. So mache ich es übrigens bei House of the Dragon auch. Für mich also eine Fantasy-Welt an ihren Anfängen, die viel Luft nach oben hat, aber ich mich bereits jetzt auf die zweite Staffel freue und hoffe, dass vielleicht Isildur mehr im Mittelpunkt steht und man bestimmte Fehler ausmerzt. Die zweite Staffel ist auf jeden Fall seit Anfang Oktober im Dreh und wir dürfen gespannt sein, wann sie denn dann an den Start geht. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr die erste Staffel findet, aber hey, bleibt fair und kommt bitte mit Argumenten und schreibt nicht wieder nur, die Serie ist Müll, die ist einfach scheiße und kopiert bitte nicht einfach immer nur die Argumente von den anderen. Das ist ein bisschen traurig, ne? Die Serie ist nicht perfekt, aber wohl trotzdem die beste Fantasy-Serie seit Jahren, weil sie viel, viel Fantasy zu bieten hat und nein, für mich ist Game of Thrones und House of the Dragon im Grunde keine Fantasy-Serie, auch wenn sie Drachen haben. Es ist eher eine Serie aus dem Politikbereich mit ein bisschen Fantasy angelehnt, oder? Sind wir mal ehrlich, mit geringeren Settings und damit mehr Fokus auf den Personen. Was einfach der schlauere Weg war, das muss man natürlich auch sagen. Leute, das war's mit meiner Meinung zu Die Ringe der Macht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Cheerio.